Also die Tour, die gefällt mir immer wieder. Die Abwechslung, wenn man bei den Nordalpen anfängt und bei den da im Süden aufhört, verschiedene Vegetationszonen durchschreitet, die Mentalität der Leute kennenlernt und so weiter, es macht immer wieder Spaß. Die Tour Bergführer bedeutet für mich sehr viel. Ich bin in der Natur unterwegs. Man kann sich fit halten, man ist immer in Bewegung, man fühlt sich gesund, man fühlt sich wohl, man kommt mit angenehmen Leuten zusammen. Es macht einfach Spaß. Das Motto von Oasi Alpin ist, alle rundum irgendwie zufriedenzustellen, dass sie alle Spaß haben, dass Bergführer wie Gäste eine Gaudi hat.